Du hast kleine Fliegen in der Küche oder im Bad, die du nicht so richtig einordnen kannst? Hier könnte es sich um Abortfliegen handeln. Die Abortfliege hat übrigens viele umgangssprachliche Namen. Sie wird auch Schmetterlingsmücke, Gullifliege, Abflussfliege oder auch Herzmücke genannt. Du fragst dich, woran du die Abortfliegen erkennen kannst? Ganz klar an ihrer auffälligen Flügelform. Durch ihre breiten Flügel ähneln sie im Ruhezustand einem Schmetterling oder auch einem Herz. Daher auch die umgangssprachlichen Namen Schmetterlingsmücken oder Schmetterlingsfliegen. Der Rand ihrer Flügel ist behaart und mit weißen Punkten besetzt. Ein weiteres Merkmal sind zwei schwarze Punkte auf den Flügeln. Die Abortfliege ist braun und wird etwa 1,5 bis 2,5 mm lang. Schmetterlingsmücken gehören tatsächlich zu der Gattung der Mücken. Doch keine Angst, Schmetterlingsmücken stechen nicht. Trotzdem können sie in deiner Wohnung zu einem echten Problem werden. Und du solltest zusehen, wie du sie schnellstmöglich wieder los wirst. Denn auch wenn sie nicht stechen, können sie dir trotzdem gefährlich für deine Gesundheit werden. Da die Abortfliege stark behaart ist, kann sie nämlich Krankheitserreger übertragen und Lebensmittel verunreinigen. Du kannst sie gut an ihrem Aufenthaltsort erkennen. Schmetterlingsfliegen mögen verschmutztes Wasser. In deiner Wohnung halten sie sich daher besonders in der Nähe von Abflüssen auf. Genauer gesagt verstopfte Abflüsse, denn die bieten den Abortfliegen die perfekte Umgebung, um ihre Eier abzulegen. Die Larven wachsen dann im Abfluss heran und ernähren sich von dem organischen Substrat, das sie dort meistens dann reichlich finden. Da die Schmetterlingsmücken nicht gut fliegen können, bewegen sich auch die adulten Mücken meist nicht weit von den Abflüssen weg und sind in der Nähe an den Zimmerwänden zu finden. Schreckt man sie auf, flattern sie nur kurz ein kleines Stück weiter und setzen sich dann wieder an der Wand oder einer anderen Fläche ab. Logischerweise fragst du dich jetzt, wie du die Abortfliegen bekämpfen kannst. Und da haben wir ein paar Tipps für dich. Die adulten Abortfliegen loszuwerden ist relativ simpel. Du kannst sie mit einer Fliegenklatsche erledigen oder mit dem Staubsauger einsaugen. Da sie ja sehr schlecht fliegen können, geht das eigentlich recht einfach. Dann solltest du die Reinigung deiner Abflüsse beginnen. Die Abortfliege wird von moderig riechenden Abflüssen angezogen und findet dort auch die perfekte Entwicklungsumgebung für ihre Larven. Wenn du den befallenen Abfluss ordentlich reinigst, werden nicht nur die Eier oder Larven entfernt, sondern auch die eigentliche Ursache für den Befall. Der Geruch, somit wird auch ein weiterer Fall vorgebeugt. Wenn du deinen Abfluss umweltschonend reinigen möchtest, kannst du dir ein einfaches Hausmittel dafür zur Hand nehmen. Vier Esslöffel Natron und eine halbe Tasse Essigessenz hinterher können da sehr viel bewirken. Lass das Gemisch einige Minuten wirken und spüle es mit heißem Wasser nach, wenn du keinen Sprudeln mehr hörst. Genauere Informationen zu dieser Methode und alles, was du zu diesem Thema Abflussreinigung wissen musst, erfährst du auch in unserem separaten Video zu dem Thema. Die einfachste und sicherste Methode ist aber unser Green Hero Abflussreiniger. Er ist chlorfrei und befreit den Abfluss von allen Tieren und vor allem den Ablagerungen, sodass zukünftige Larven dort keine Nahrung mehr finden. Der Reiniger ist auch für Abflüsse aus Edelstahl und Kunststoff geeinigt. Ich selber habe ihn auch vor kurzem nochmal privat eingesetzt und im Vergleich zu vorher hat sich da echt richtig was getan. Jetzt noch ein paar Tipps zur Vorbeugung. Damit sich erst gar keine Fliegen im Abfluss ansiedeln, solltest du den Abfluss und den Siphon sauber halten. Achte besonders darauf, Lebensmittel nicht im Abfluss zu entsorgen. Auch Fette und Öle gehören nicht in den Abfluss und können zu Verstopfungen der Rohre führen. Die beschriebene Reinigung mit Natron und Essig kannst du auch regelmäßig zur Vorbeugung anwenden. Das Waschbecken im Badezimmer solltest du auch regelmäßig von Haaren befreien. Diese bieten den Abbordfliegen eine sehr gute Möglichkeit zur Eiablage. Du kannst auch ein Haarsieb im Waschbecken einsetzen, damit sich erst gar keine Haare im Abfluss festsetzen können. Mit diesen Tipps zur Vorbeugung bzw. Bekämpfung seid ihr die Abbordfliege sicher schnell wieder los und sorgt dafür, dass sie eure Wohnung in Zukunft meidet. Für weitere Informationen zur Abflussreinigung kann ich nochmal empfehlen, unser Video speziell zu dem Thema anzuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Abbordfliegenfreien Tag. Tschüss! Tschüss!